Ja, hi Leute, kurzes Video von mir. Ich hatte am vergangenen Samstag seit langem mal wieder einen Stream laufen und zwar habe ich gecastet von dem StarCraft II-Clan, in dem ich als Member und Community-Admin tätig bin, und zwar Team of the Empire, habe ich den TTE Cup komplett von Anfang bis Ende durchgecastet und ich wollte den Twitch.tv-Mitschnitt auch auf YouTube heute hochladen, allerdings macht Twitch Probleme, da die Videos so lang sind, kriege ich da bei einem Video, das über zwei Stunden am Stück geht, maximal 30 Minuten hoch, auch aufteilen hat nichts gebracht und deswegen habe ich mir überlegt, verlinke ich jetzt hier den Twitch.tv-Kanal von mir, Fatjay105 aka Jay von Jayzock.de aka Battleboy und so weiter, da könnt ihr euch dann, wenn ihr jetzt quasi mein Video hier seht, auf den Kanal gehen, auf Twitch.tv-Fatjay105 und euch den TTE Cupcast von mir komplett ansehen, das sind die zwei neuesten Videos, das erste Video ist gut 19 Minuten lang, da halte ich einen kurzen Disconnect, das nächste Video ist über zwei Stunden lang, guckt euch beides an, am Stück am besten, ich sag jetzt einfach mal, es lohnt sich, weil es ist ja von mir und so und ist ja klar, dass ich mein eigenes Zeug gut finde, also nur als kleine Info, da ich das nicht hochladen kann, könnt ihr hier da auf die Adresse gehen, ne, und euch das ansehen, würde mich natürlich freuen, muss ich nicht extra erwähnen und solange mein Internet nicht wieder bricht, das ist nämlich leider damals passiert, da ich auch als Jayzock.de Projekt alles erstmal streamt habe, wenn das jetzt mit vereinzten Cast-Streams und so in Zukunft nicht mehr versehen werde ich auch wieder öfter diesen besagten Twitch.tv-Fatjay105-Kanal benutzen, ja, kurze Info und das war's dann auch schon, ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Jay von Jayzock.de, ciao, ciao und goodbye.